Siehst du, hier ist mein Talker und fies wie ich bin, werde ich mein Textfenster verstecken, dass du nicht sehen kannst, was ich schreibe. Ich habe auch die Wörter bei den Bildern ausgeschaltet. Nun, das Spiel geht so. Ich werde einen Satz tippen und du kannst merken, welche Tasten ich gedruckt habe und dann schaust du, ob du den Satz nachsagen kannst. Das Spiel geht los. Ich tippe erst auf Via und dann auf Geld. Das war der Anfang. Dann gehe ich zu den Farben und zum Hammer und wieder auf die Via-Taste. Jetzt kann die Mama auf Pause drücken und du kannst versuchen, den Satz nochmal zu machen. Jetzt kann Mama vielleicht versuchen, was sie dann schafft. Dann Mama, du bist jetzt dran. Du gehst da und da und da. Hast du dir das gemerkt? Jetzt Mama nochmal auf Pause drücken. Du kannst jetzt auf Selma, Mr. Horker tippen, zu sehen, ob du dir das gemerkt hast. Habt ihr es geschafft? Dann, jetzt geht es weiter mit noch einem Satz für Selma. Der letzte Satz. Selma geht so. Wir fangen hier beim Schaf an und dann. So, das war der letzte Satz. Mama tippt nochmal auf Pause. Selma kann versuchen, ob sie alles gefunden hat. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, dann geht das Video weiter. Und wir gucken jetzt auf die Auflösung. Und da kommt es. Und das waren die Sätze, die wir gesagt haben. Wir haben gebastelt. Du kannst das. Es war toll. Schön. Und das war das Spiel.